Es gibt Gerüchte über sie. Psychische Gewalt. Vor körperlicher Gewalt war auch die Rede. Wir waren das. Wir alle, wir alle! Vicky, wir sind jetzt ein Team. Wir müssen uns im Einsatz blind vertrauen. Seit wann arbeitest du mit der zusammen? Pass ein bisschen auf. Die ist gefährlich. Mir ist scheißegal, woher jemand kommt, an was er glaubt oder wie er aussieht. Für mich ist nur wichtig, was er getan hat. Was wir gemacht haben, war Kriminellmann. Sind sie eine Rassistin? Verden wir mir vor. Ich bin die, die sich einfach in Köln verkochen hat und nichts gemacht hat. Was wollen Sie von mir? Ich glaube, dass Gerker noch nicht mal mir die ganze Wahrheit gesagt hat. Er lügt. Der hat uns vergiftet mit seiner Scheiße. Du weißt besser dageblieben, wo du hergekommen bist. Ich bin nie geboren. Spust! Aber Sie sind eine Familie. In was stecken Sie da drin? Vicky? Nein. Nein. Ich bin Polizist. Was wusste der über Sie? Er ist eine Spielszeit. Er war nur da. Er ist eine Spielszeit. Er soll jemanden, oder? Er ist eine Spielszeit. Er ist eine Stolz.